Heute wollte ich euch diese Schraube hier zeigen und zwar ist es mit einer M5 Gewinde, schätze ich. Und ja, so sieht sie auf jeden Fall aus. Die ist auch etwas lang, also länger. Und halt, sie hat nur ganz wenig Gewinde, hier nur unten, wie man sehen kann. Ja, die Schraube ist weiß oder hellblau. Und der Kopf ist sehr klein, wie man sieht. Hier. Mit so einem Imbus, glaube ich. Also der Imbus ist richtig groß. Und da oben stehen noch irgendwelche Buchstaben oder Zahlen. Ich weiß immer noch nicht, wofür sie bedeuten. Vielleicht für die Größe oder so. Und ja, die Schraube hat keine Spitze, wie man sehen kann. Und ja, so sieht sie eigentlich aus. Der Kopf, wie man sieht, der ist etwas besonders. Also, dass der etwas dicker ist. Und die Schraube selber ist eigentlich ganz normal. Nur, dass die Gewinde nur so kurz ist halt. Und ja, so sieht sie nochmal aus. Ist eigentlich wirklich nicht so groß. Also doch, ist... Also eigentlich ist sie schon groß. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Liked das Video, abonniert den Kanal. Und ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. BYE. 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 Vielen Dank.